Hallihallo, hier ist der Matze aus dem Supersonic Studio. Ich werde immer wieder gefragt, was für Equipment ich einsetze, wie ich meine Songs schreibe und ich dachte, es ist mal wieder Zeit für eine ganz kleine Studiotour in meinem Supersonic Studio. Das erste, was wir wahrnehmen wollen, ist natürlich die Atmosphäre. Ich habe keine Masern, sondern das sind Laserstrahlen und ich liebe es, vor allem bei violetten Licht zu komponieren. Macht einfach Spaß, ist ein Vogel von mir. Naja, also, dann würde ich mal starten und fange einfach mal von links nach rechts an. So, hier seht ihr im Vordergrund mein Gesangsaufnahmemikrofon. Ich kann leider selber nichts singen, aber wenn ich mal hier einen Sänger, eine Sängerin zu Gast habe, dann darf die über das rote Großmembran-Mikrofon mit Popschutz singen. Dann gehen wir weiter. Hier ist meine Digital Audio Workstation mit vielen Controllern. Und zwar, fangen wir mal an, hier ist die Machine Studio. Das ist ein Controller, mit dem man vor allem Beats macht, Beats schraubt. Hier kann man wunderbar drauf spielen, auf den Tasten hier. Man kann hier steuern, einiges. Man kann hier Fernbedienen da unten. Ich setze sie abends so ein für Drum Sounds. Dann habe ich hier meine Aktivboxen von Yamaha oben mit LED-Bars. Hier ist die andere Box und das da unten ist das Kernstück, das Herzstück. Meine Digital Audio Workstation, man sagt ja da dazu dann, ja, ein total überpowerter Rechner mit einem Drum und Dran. Hat mein Sohn zusammengebaut und das Ding schnurrt wie die Sau. Also perfekt. Dann haben wir hier einen Riesenmonitor. Der ist wirklich gigantisch und ich bereue es keine Sekunde, dass ich nur den gekauft habe. Ja, perfekt für meine Software. Ich verwende Cubase. Ich bin ein Cubase-Jünger seit alle Ewigkeiten. Ich habe hier oben noch einen zweiten Monitor und wenn es an mir ging, hätte ich noch einen dritten. Bloß ich habe nicht genügend Monitorausgänge. Ja, aber man könnte nie genug Monitore haben als Musiker. Hier seht ihr dann noch die zweite Box von Yamaha. Und die sind wirklich gut. Ja, und dann habe ich hier, das sind keine Mischpulte, das sind Controller. Da kann man dann wunderbar hier die Software bedienen und hier bewegen. Ich kann hier starten. Ich kann hier Stopp machen. Ich kann hier die Notstärke verändern. Also im Prinzip sind wir nur das ganze hier ein Pult von früher, aber das Pult ist ja mittlerweile in der Workstation drin. Dann habe ich hier ein ganz kleines Keyboard zum, ja, ein bisschen zum Schreiben. Ich habe hier einen Trackball. Hier meine Starfer-Tasse, auch ganz wichtig. Ich liebe sie, die ist wunderbar. Ja, und hier ist dann mein Master Keyboard. Ich bin ja ein Klavierspieler von Haus aus. Das sind mal Flotte 88 Tasten, halbgewichtet, Yamaha S80. Und ja, das macht Laune auf dem zu spielen. Also das ist zwar ein recht altes Teil, aber wahrscheinlich eins von den besten Einspiel-Keyboards. Und ganz da unten habe ich noch ein paar Sachen versteckt. Neben viele Kabel ein System-Pedal für das Klavier, ein Expression-Pedal und ein Schalter. Alles, um, ich sag mal, zu artikulieren und modulieren und um gut zu arbeiten. Dann ziehen wir mal weiter hier rüber. Hier ist das Herzstück, das Audio. Das ist meine Focusrite Scarlett 18 E20 Soundkarte. Mittlerweile auch schon älter. Da gibt es die vierte Generation mittlerweile. Aber das Ding ist schon, ja, das rennt wie im Pferd. Ich nutze es nicht ganz aus, oder kaum ganz aus. Die Karte ist einfach super. Drunter hier ein MIDI-Interface. Dann aus meiner frühen Jugendzeit, oder, ja, ist wohl länger her, habe ich noch so ein paar Sound-Expander oder Synthesizer, Hardware-Synthesizer als Reminiscenz. Normalerweise hat man ja die Synthesizer oder die Sampler im Programm drin. Hier zum Beispiel jetzt Engine von Best Service. Aber ich habe auch noch Hardware, wie gesagt. Vielleicht werde ich auch mal wieder in der Band spielen. Hier habe ich TX-7. Das ist vom TX-7, von einem der berühmsten Synthesizer, der Expander. Dann hier meine Dongles für Cubase und mein iLog und meine Waves-Lizenzen. Alles schweineviel Geld, was da löchert und drinsteckt. Dann hier der Game-Changer meiner musikalischen Karriere. Star-Vertage, Komponist Matthias Pflüger. Das war 2022, 2022 im Juli. Und ab da ging es natürlich dann stell aufwärts mit Musik machen. Hier haben wir einen MS-10-Controller. Sieht aus wie ein echter MS-10, ist aber ein reiner Controller, um einen MS-10-Synthesizer zu steuern. Hier ist es momentan leider leer. Hier sind viele Kabel, Kopfhörer und eine tolle Beleuchtung. Hier kommt nochmal ein Mischpult rein und ein weiterer Synthesizer. Aber das kommt auf jeden Fall. Hier mein Studio-Logo, super designt, von meiner Familie, von der Tonja. Dann hier, ja, ein, zwei Lieblingsbilder, die Erschaffung des Menschen. Und hier sind wir dann bei meiner Hardware-Synthesizer. Hier ist ein Waldorf. Nicht zu verwechseln mit der Schule, sondern ein Waldorf-Synthesizer. Fantastisches Teil. Hier ist ein Analog-Synthesizer mit digitalem Zugriff von Poly 800 von KORG. Und hier ist mein erstes Schlachtschiff, das ich gekauft habe. Von meinem Zivildienstgeld, ein Yamaha S-Y77. Ja, damit könnte man live auftreten mit einer ganzen Sache hier. Mache ich aber seit 20 Jahren nicht mehr. Dann habe ich hier zwischen 1000 Kabeln einen Wind-Controller. Mit dem kann man, wie auf einer Flöte, alles Mögliche spielen. Auch Schlagzeuge, hier habe ich ein paar Bungos da unten. Hier habe ich einen richtig geilen Marshall-Amp, 60er Marshall. Total geil zum Durchföhnen. Hier habe ich Port HD 500. Ja, Gitarrenpedal. Und dann die Schalter für den Marshall. Und meine Gitarrenband, die ist natürlich auch eminent. Und wieder mal die viele Sterne hier vom Laser. Also ich habe hier von rechts gesehen eine Akustik-Gitarre. Die ist aber nicht in Verwendung oder seltenst. Dann hier meine heiß geliebte EP Prophecy X-Tura. Das ist wirklich eine Wahnsinns-Gitarre. Hier meine Ovation-Aplaus-Gitarre. Hier B.C. Rich Curry King Tribal. Und hier B.C. Rich The Bitch. Fantastisch. Viele erkennen es nicht, ich erkenne es. Ein String. Man beachtet. Und hier habe ich dann noch eine Pink von Fender. Auch total super Gitarre. Ist auch günstig, aber total super. Dann hier habe ich noch eine weitere EP. Eine Gipsen. Also eine Epiphone. Genau. Und hier dann noch eine Variax-Gitarre. Die ja selber Gitarrensauce emuliert. Und hier hat man halt so Grüßle als Musiker, was man so alles hat. Kabel, Adapter, Ersatzseiten und so weiter. Und hier nochmal ein Blickschwind auf das ganze Elend. Hier könnt ihr das ganze Studio sehen. Ich schaue mal kurz geschwind auf weiter. So sieht es hier aus. Und ihr könnt euch gut vorstellen, dass ich natürlich bei dieser Beleuchtung und dieser Atmosphäre es lieb zu komponieren. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen das Nötigkommen, als ich so alles habe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr weitere Fragen habt. Oder einfach mal euch meldet. Und ja, irgendein Projekt mit mir machen wollt. Oder Kritik habt. Oder ja, Anregungen. Ciao, ciao.